Hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, TheMaxi und natürlich Harry und Hermine. Ron hat uns das letzte Mal verlassen und wir müssen uns jetzt einen Platz zum Zelten suchen, damit wir unser Lager aufbauen können, geschützt vor Todessern. Okay, wir gehen praktisch wieder zurück, so wie es aussieht, ja, denn den Koffer hatten wir das letzte Mal schon geöffnet. Aha, die peitschende Weide. Hoppala. Achtung, Spinn, hilf mir. Ja, danke, danke Hermine. Spinne, 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 Spinne. Das ist Spinn. Oh cool, meine Zauberer sind jetzt mächtiger. Die Spinnen sind aber auch ganz schön schnell. Ja, peitschende Weide. Peitschende Weide ist immer so eine Sache. Okay. Ja, dann nützt es nichts, wir gehen zurück. Hier ist wieder so eine peitschende Weide. Wir rennen einfach mal durch. Au. So viel dazu. Na. Ja, richtig. Den Expelliamos, den hab ich gar nicht ausgewählt. Der ist natürlich bei denen ultra praktisch. Ja. Denn da fallen die gleiche um. Okay, der bleibt zwar liegen, aber... Okay. Komm, Harry. Bam. Jetzt der nächste. Und der da noch. Natürlich kann man noch ein paar. Oh. Hoppala. Der ist... Ah, ich dachte, der ist ausgewichen, aber... Unschuldig nicht. Okay. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall... ...richtig. Bam. Ah ja, hier kommt noch mehr. Aber so langsam, glaub ich... ...hab ich's raus mit Expelliamos. Bam. Okay. Ich wär doch nicht mehr so oft getroffen, muss ich sagen. Bam. Nächster weg. Da war doch schon wieder was... Ah, da oben. Natürlich können wir da... Au. Aua. Okay, Hermine verwendet nicht Expelliamos. Bam. Da hab ich ihn aber wenigstens auch... ...zurück geschleudert. Ja, Hermine, die macht die schnellen Zauber. Natürlich, die gibt's ja überall. Oh. Zauberst du? Okay. So viel dazu mit... Ich hab extra die Armut raus. Ähm. Jetzt hab ich ihn wieder... Bam, 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 bam. Ähm. Ja, klingeln, klingeln. Was ist das für einer? Ist das dieser Expulso? Oder Konfriwo? Ja, ja. Hey, das war mein Zauber. Stimmt. Zack. Das hat mir nix getan. Hihi. Aber jetzt. Jetzt läuft das hier bei uns. Sehr gut. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles mit. Und ich muss sagen, dieser Konfriwo, der gefällt mir. Weil da kann man einfach mal alles... ...sprengen. Dann ein cooler Zauber. Der wirft auch alle zurück, inklusive mir, aber naja. Was soll's? Wo geht's denn hier zum Zeltplatz? Da ist ein Schatten. Seht ihr das? Sieht ein bisschen aus wie ein Mensch, aber ich glaub, das ist einfach nur ungünstig... ...gewählt. Okay, hier durch. Ja. Konfriwo! Uh. Passt auf! Haha! Hoppala! Habe ich mich dadurch gerade ein bisschen gedupft? Yo! Ja gut, die können den halt auch, ne? Konfriwo! Bam! Komm! Konfriwo! Konfriwo! Ah! Die Barriere haben wir weggemacht. Genau, war hier durch. Muss ich doch... Bleib nochmal gucken. Bam! In your face! Ich dachte gerade, das wäre ein Koffer. Kommt halt nicht so nahe, dann falle ich nicht dabei. Konfriwo! Komm! Lapp ihn dir, Harry! Konfriwo! Hihi. Cool. Oh. Konfriwo! Hihi. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Oh. Genau, protego dich mal. Weil gleich wirst du hier mit durch die Runde trillen. Sag ich doch. Na? Harry? Mach mal hin. Wo, 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 wo? Ah, da. Bleib doch mal stehen, Kollege. Oh. Ich dachte gerade, ich treffe eine Mine. Äh, ja. Super. Das glaube ich. Na, jetzt habe ich wieder... Konfriwo. Ich weiß, dass es zu nahe... Es ist cool so. Erstmal bei mir. Geht auch nicht. Oh, was habe ich denn in der Schwad gemacht? Ich mache Sachen. Ah, der kämpft jetzt für uns. Alles klar. Stimmt. Verwechslungszauber. Da kämpfen die für uns. Hermine? Alles klar. Alles klar. Easy. Oh. Tatsächlich da lang. Stimmt. Da drin haben wir ja auch eigentlich schon alles abgesucht. Hä, das sind Dementoren. Den wirst du mit Stupor beeindrucken. Mal ehrlich. Hermine. Beste Schülerin in Hogwarts. Ich glaube das nicht. Wild Dementoren mit Stupor bekämpfen. Lässt nach. Der sollte vielleicht doch wieder in die Schule gehen. Wir halten sie hier von wichtigen Lektionen fern. Okay, Moment. Wenn jetzt hier gleich wieder die Inferi kommen, vielleicht. Sollten wir einen Zauber nehmen, der schneller auszuführen ist als jetzt dieser Confringo. Denn der braucht doch immer noch ein bisschen Zeit. Okay, hier hoch. Sehr gut. Und dann schätzungsweise hier durch. Richtig. Hermine? Ach da. Jo. Und dann geht's hier weiter. Was ist das denn für ein Weg? Hier könnten wir zelten. Sprich mit Hermine. Hermine. Das sieht nach einem guten Platz aus. Das sag ich doch. Lass uns hier das Zelt aufschlagen. Ich habe Schutzzauber über uns gelegt. Coole Sache. Der Zeltplatz müsste versteckt sein. Aber Ron kann uns vielleicht noch finden, wenn er bald zurückkommt. Er weiß ja, wo wir normalerweise zelten. Okay. Alles klar. Schließe alle Kämpfe in beliebiger Reihenfolge ab. Okay. Hält unschuldige Muggelstämmige gefangen. Einige sind einer an Kremanda. Oh, ha. Und greife und Todesversuchen überall nach dem anderen Menschen. Überlebe den Hinterhalt. Ah, coole Sache. Da haben wir jetzt wieder drei Missionen, bevor es hier wirklich weitergeht. Okay. Das können wir vielleicht so machen. Da heißt ja nicht, dass wir kämpfen müssen. Haltet die Augen offen. Wir wollen schließlich nicht, dass die Gefangenen entkommen. Wann werden wir denn endlich erlöst? Jetzt. Zauberst du? Ach ja. Ach ja. Falscher Zauber, falscher Zauber. Ach. Ich wollte eigentlich gehen hier. Bam, bam, bam. Huuu. Gott aufruhen. Zack. So. So. Okay. Könnte erst mal umfallen hinter mir ist in dem Mentor. Na. Oh Gott. Das war ja knapp. Respektor Patronum. Stufor. Ich nicht. Warum? Der hat mich doch nicht mal getroffen. Okay, Leute. Jetzt gehe ich direkt rein. Jetzt reicht mir. Ist mir auch egal, ob mich da jemand sieht. Let's filly up. Oh Gott. Hey, die brauchen immer zwei Schläge davon. So nicht. Hörst du mir? Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt reicht's. Jetzt. Jetzt. Hehehe. Okay. Bin ich zwar auch umgefallen, aber... Was soll's. So. Was hier? Okay. Nichts. Okay. Oh. Erstmal den hier weg. Ich verletze mich immer selbst. Ja, ich stehe erst mal auf. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Expektor Patronum. Haben wir es? Expektor Patronum. Keine Ahnung, ob der weg ist. Scheint so. Entschuldigung. 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 So. Das war ja noch der eine Raum. Richtig. Okay, hier liegt nur was. Oh, und da ist auch was. Sehr gut. Symbol. Haben wir eingesammelt. Okay, dann lassen wir es noch mal so probieren. Okay, da geht's. Ah, als ob. Als ob. Als ob mir hier diese Dementoren da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Komm. Ah, und jetzt kommt wieder her. Sehr gut. Der ist auf jeden Fall weg. Okay, manchmal macht Harry nichts mehr. Auch wenn ich hier die Zauberer lange drücke. Macht er nichts. Naja, chillig, chillig. Ist der schon wieder in Dementor? Kann doch wohl nicht wahr sein. Expektor Patronum. Chillt mal. Ah. Ah. Der ist jetzt weg. Hä? Oh, ich muss da. Dann gehe ich ja da lang. Soll mir recht sein. Ah ja. Da sind gleich ein paar mehr. Haltet die Augen auf. Normalerweise hätte das Treppen müssen. Ich werde hier echt getroffen, ne? Auch wenn ich mich so ein bisschen verstecke. Jetzt kommt der wieder. Komm. Wo denn? Ach, da. Okay. Äh, ich werde mich hier immer weiter verlaufen. Wo geht's hier lang? Nirgends. Da geht's raus. Das ist ja okay. Ist ja alles chillig. Ja, natürlich. Natürlich tauchte ich hier wieder auf. Jetzt klappt mir die Mauer. Ah, hier. Kollegen! Ja, okay, die treffen mich wenigstens auch nicht. Das ist so, wie wenn Ron und Hermine durch die Wand schießen. Genau so ist das hier. Oh, da ist gleich der Nächste. Jo, ich häng fest, ich häng fest. Ja, den haben wir. Oh, was schießt der denn? Hier ist keiner drin. Hier stehen doch noch welche davor. Ja, weg ist er. Okay, weiter geht's. Ja, bis jetzt. Hatten wir schon mal schlimmer. Okay, wir sind auch einmal gestorben, aber... Sowas passiert halt. Okay, so richtig mit dem Überraschen, das klappt hier nicht. Wie es damals war mit dem Vielsaftrang. Oh, ich geh mal eben hier rein. Die haben nämlich grad immer noch Probleme gegen Türen und so, dass sie da dagegen schießen. Bam, bam, bam. Wo will der denn hin? Ja, ich bin Harry freaking Potter. Ich mach euch schon kaputt. Beziehungsweise machen wir grad das ganze Ministerium kaputt, ne? Muss man auch mal sehen. Oh, da drüben wir jetzt noch eins. Äh, schade. War nix cooles drin, ich komm wieder zu euch. Aber anscheinend... Ich weiß nicht, ob denen ihre Zauber einfach so stark sind, oder... Äh, falsche Zauber, falsche Zauber, falsche Zauber! Rein, 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 rein! Oh mein Gott, vor allem... Komm! Expecto Patronum! Spulso Confringo. We got him, we got him. Da kam der echt von hinten wieder. Okay. Ah ja, von der einen weiter natürlich auch. Äh, das ist halt, Expelliamos, das ist wirklich... Nicht so toll. Weil's halt kurz zum Aufladen braucht. Okay. Mal bis. Wie viel sind denn da? Muss ich echt da lang? Ja. Klaatsache, hier ist noch jemand. Bitte gerne. Natürlich. Natürlich. Okay, wie viel... 2 noch, ne? Na krass. Die sollten wir doch aber locker flockig hinbekommen, oder? Oh. Oh, hier geht's nicht raus, hier geht's nicht raus. Ich würde mir eigentlich nur eine ruhige Ecke suchen. Dann würde ich jetzt hier wieder... zack. Und... da. Ja, weil ich bleib doch nicht bei denen. Sehe ich ja gar nicht ein, wenn ich hier einen Tarnumhang habe. Dann kann ich ja hier wunderbar... mich fortbewegen. Ich hatte gedacht, zu diesem Zeitpunkt wäre bereits alles vorbei. Ja, irgendwie zieht der immer daneben. Du! Aber... naja. Ach, danke. Jetzt sind wir in Sicherheit. Ja, du vielleicht. Oh. Du! Au! Uh! Hehe. Und, zack. So, ist schon wieder alles... alles geklärt, Leute. Wir sind hier schon wieder... die Ruhe selbst. Ich hätte gedacht, zu diesem Zeitpunkt wäre bereits alles vorbei. Wir müssen doch einsehen, dass wir keine... Wo ist jetzt mein Zauber hin? Hä? Da. Okay, letzter. Ja. Ja, diesmal habe ich richtig gezielt. Oh, der hat grad ganz schön an der Säule da geglitscht. Und, zack. Letzter. Cool, ne? Hab ich gut gemacht. Bam! Das letzte Mal hat der dunkle Loch verloren. Yeah, Leute! Damit haben wir es heute geschafft. Das nächste Mal nehmen wir uns dann die Spinnen vor. Und dann natürlich die Mine. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschü! Bis zum nächsten Mal.